Herzlich Willkommen auf der Probebühne des Turmtheaters Regensburg. Ja, Homeoffice bei einem Schauspieler, einer Schauspielerin. Fangen wir mit dem Positiven an, man muss sich nicht mehr anziehen. Man kann direkt im Bademantel zur Arbeit gehen. Es fehlen natürlich die Spielpartner, aber man nimmt einfach so einen Kopf, sucht etwas im Fundus, was dem Kollegen vielleicht etwas ähnelt. Ja, da hätten wir doch was. Ja. Und man selber sollte sich auch den Kollegen etwas annähern. Vielleicht, man muss hier verschiedene Rollen spielen, damit man den Text für später nicht vergisst. Nehmen wir zum Beispiel eine Szene aus dem Stück die Wunderübung. Schweigepause. Ja, so macht Homeoffice richtig Spaß. Wir haben natürlich auch viel Zeit, uns mit wahrer Kunst zu beschäftigen. Max Frisch. Ja, wir haben viel Zeit, diese Bücher zu lesen, auch wenn wir sie meistens schon gelesen haben. Man kann aber auch auf richtige Welt Literatur umschwenken. Gut. Was mir wirklich fehlt. Ich kann es Ihnen sagen. Publikum. Echt. Live. Zum Anfassen. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald im Turmtheater.